so heute gibt's mal erst mal kroutons gemacht weil ich noch ein bisschen altes brot hatte dann habe ich ein kilo hühner brüste gehabt da mache ich mir chicken nuggets von was mache ich dazu dazu mache ich ach so ich habe noch morim ich habe noch weißkohl und wir trägt noch paprika also mag mir morim weißkohl paprikasalat mit kroutons oben drüber ein bisschen scheiße ist heute auch passiert eben wasserschlauch ist mir geplatzt er ist nicht groß es kommt von der wasserpumpe ist ungefähr sechs sieben zentimeter lang hat ein durchmesser von ich würde mal sagen vier zentimeter und da leckte heute raus neuen schlauch habe schon die frage kenne ich also muss ich mir morgen wird einfallen lassen aber kriegt es schon repariert